Seth? Alles in Ordnung? Mir geht's prächtig, Kate. Die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Bis auf die Tatsache, dass ich... dass ich gerade einen hölzernen Pflock in die Brust meines Bruders gerammt habe, weil er sich in einen Vampir verwandelt hat. Weißt du, ich glaube nicht an Vampire. Abgesehen von... von dieser dummen Geschichte... ...ist alles erste Sahne. ...